Ich weiß, ich habe meine Vlogging Duties etwas vernachlässigt in letzter Zeit, aber für euch, weil ich euch so liebe, gibt es jetzt einen neuen Vlog. Und hier sind wir im wunderschönen Dubrovnik in Kroatien. Und hier ist der beste Tanzpartner der Welt. Ciao. Was machen wir eigentlich in Dubrovnik außer Käse essen? Wir tun Trainingslager mitmachen, aber erst ab morgen. Deswegen haben wir heute Swimming Time. Ich weiß, es geht nicht irgendwo. Es geht nicht so. Someone has too much energy, but that's good. Wir haben einen lang, 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 lang Training Day. Ooooooo. Dance for the Thrones. Du musst jetzt die Game of Thrones Titelmelodie singen, Vadim. Ich habe sie vergessen. Guten Morgen. Ready for day two? Yes. Gestern war der erste Tag vom Trainingslager. Es war sehr cool. Wir hatten Ballett. Dann noch zwei Latein-Gruppenstunden. Und eine Privatstunde. Und heute geht es aber richtig los. Heute sind alle Trainer da, alle Paare da. Und es wird bestimmt sehr hart und anstrengend für uns. Aber dafür gibt es Energie on a plate. Aber ich habe eine Frage bei dem. Wo ist das Brot? Das stimmt. Ich brauche wirklich Brot. Soll ich es dir holen? Nein, nein, nein. Das mache ich. Das sind wir nach der Samba Lecture mit Melinda Törökjörd. Spreche ich es richtig aus bei dir? Oh, schön verschwitzt. Wie? Wie? Hier, hier, hier. Törökjörd. Oh mein Gott. Leute, es ist kein Witz hier. Es ist jetzt Tag 3. Und das ist der letzte Tag. And I'm dying. Every inch of my body is in pain. Und heute ist der absolut härteste Tag. Heute ist crazy. Wir haben am 10 Uhr bis 17 Uhr nonstop. Und dann nochmal 18.30 bis 21.30 Uhr. Also wünscht mir Glück, dass ich den Tag überstehe. Bei dem auch. Obwohl es bringt nichts mehr, wenn der Vlog draußen ist. Es ist schon vorbei. Und ihr werdet wissen, ob ich es überstanden habe oder nicht. But I really do hope so. So, that's it for now. Wie geht's dir? Perfekt. Was? Perfekt. Wie kann das sein? Ich fühle mich gut. Ich bin ein bisschen überdehnt. Das ist Angst. Das ist keine Schmerzen. Die beiden. Nein. Hier nicht. Und hier nicht. Und hier nicht. Nein. How is that even possible? Ich habe Überdehnungen. Ich glaube, du nimmst das Training nicht ernst. Du nimmst dein Maximum. Ich habe einfach ein höheres Maximum als manche. Das ist eine gute Frage. Und dann, dann placest du hier auf der Seite. Und die drinnen und die drinnen. Dann fängt das an hier. Da. 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 ürig. Da. Wir haben uns gemacht. Ich denke, dass es eher ein Paus ist. Wir sind nicht ein Paus, aber wir könnten. Wir könnten sein. Ich denke, wir können sich die Ärger und необhörigen. Wir machen auch genau das auf die Hände. Der Kumpel ist auf das Position die in der Hände. Wenn Sie ein Kumpel haben, werden Sie eine Kumpel mit den Hände messen. Wir stellen uns an die Hände. Wir stellen uns bis zum Schiffen an. Gehen wir über die Hände. Jetzt gehen wir an, bis zum Schiffen an. Wir stellen uns an das Erknoten. Ja, 10 Uhr bis 20 Uhr am Abend ist eine lange Zeit. Und wir haben noch eine Stunde. Fertig. Wir hatten jetzt noch eine Stunde. Fifty Shades of Grey. Das haben wir gut gemacht heute, gell? Bis 10 Uhr am Abend, ab 10 Uhr in der Früh. Und jetzt geht's zur Party. So viel zur Party gestern. Ich habe leider nicht mitgefilmt, aber es ist jetzt 6 Uhr in der Früh. Und wir sitzen hier beim Frühstück, müssten eigentlich schon unterwegs sein zum Flughafen. Und hier ist der beste Tanzpartner der Welt. Und er ersagt uns jetzt unser Fazit, das Fazit der Woche. Liebt einander, küsst einander, tanzt miteinander. Make love miteinander. Okay, okay, okay. Das Fazit der Woche. Es war ein supergeiles Trainingslager in einer wunderschönen Location. Die Trainer waren Weltklasse. Und wir freuen uns jetzt schon nächstes Jahr wieder zu kommen. Und in diesem Sinne, don't be lazy, we love this Rhythmus. Bye bye, see you in my next vlog. Oh, and don't forget, subscribe to my channel, if you haven't already. And press the notification button. And what else do these YouTubers always say? Yeah, I think that was about it, wasn't it? Oh yeah, give it a thumbs up, thumbs up. And leave a comment below, if you enjoyed it. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.